Ein Moment, ich gebe bei meinem Sohn mal was zu trinken, der hustet da drüben wieder zu viel. Alles klar, bis gleich. Ne, Update ist hier nicht, ich sehe hier kein Update. Echt? Nein, okay. Hm, dann muss man verwachten. Ja, da steht einfach nur Start. Da steht nichts von Update oder sonstiges. Da steht immer auf Start. Ja, sieben Minuten muss ich jetzt warten. Okay, das könnte ich ja nicht ausprobieren. Also ich war hier schon beictive. wieder online bin ich denke mal so gegen ich weiß doch nicht ob ich morgen online bin aber wenn ich online sein sollte bin ich so gegen spätestens halb acht bin ich dann online ich bin auch gerade am live stream ja nicht jetzt man hatte mich nur gefragt wenn ich morgen wieder online bin der war wach gewesen durch den husten ich bin rein wollte ihm was zu trinken geben war mit den augen die ganze zeit am zufallen hat er mich angeguckt aber ich schwöre dir wenn die mich sieht die tötet mich war deswegen bin ich auch also wenn er wenn der 24 stunden stream ist und er ist nächste woche freitag wir hätten wir standen so kurz vor dem sieg so kurz davor aber dann sind wir leider gestorben schade ja echt schade das war echt krank gewesen ja ja es war so kurz davor so kurz unterwegs noch einmal wiki dich ne schreit du wichser du arschloch da musst du wirklich aufpassen ich muss jetzt fünf minuten 20 warten damit ich erstmal wieder reinkomme ach du heilige makrele naja ich bin gerade im live stream trip rung 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 m kommen ich hab dann vergessen morgen früh für deine mama kuchen zu packen battle pass habe ich nicht wenn du morgen das machen möchtest du als ich follower warum habe ich keine anzeige dafür bekommen und ich packt jetzt wieder der bot rum den bot musste die ganze zeit auf dem laptop anlassen da ist ja auch an aber das ist irgendwie nicht hier angezeigt im chat dass ich nur ein follower bekommen hat oder den chat ist viel zu schnell ich bin leider kein computer ich hätte auch bock auf so eine pizza jetzt hat der junge mann der hier im party hat eben das ist natürlich für die geldwelt ein bisschen günstiger ich war echt ein bisschen faul doch zu bestellen vor allem wenn man dann noch in die stadt will und da cocktails schlöffen geht die sind ja einiges 12 13 euro pro cocktail je nachdem wo bei uns auch in der stadt da ist ein kaffee für sechs euro als ob im kaffee diamanten drin sind hätte ich mir im leben nicht gegönnt da hätte ich gedacht weißt du was da bin ich dann ein bisschen zu knietig du schlürfst dran dreimal und der ist leer ja bestimmt auch so ein kleiner expresso war genau 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 so richtig kleines ding sechs euro ich fick mein leben und da sind ich sollte ich von kehmat fragen ob du schon den night bot hast ne noch nicht ganz noch nicht ganz ich guck mir das gerade an wann wir spielen wir warten noch auf dem auf mod der mitspieler er muss leider in der warteschlange sitzen also ich melde das dann einfach an ja wenn man sich gerade bei arbeit bitte ja ich schlage das also ich mit dem stein von meinem links ja mit einem twitch account aber wenn du willst billy kann ich dir das morgen machen mit dem night bot ich hab den ich hab den jetzt mal verbunden mit meinem kanal du musst denn auch auf dein kanal musste dann gehen da musst du dann auf schrägstrich mod night bot schreiben damit der mod von deinem channel wird na gott sei dank war ich noch nicht in der warteschleife also du hast es noch gehört als sie aufgestanden also du hast das gemerkt ich hab gedacht die ist erst später aufgestanden und ist da ist aber echt wie auf so einem film ja dann leid wird es ist bei mir aktiv ja hast du ja auch so eine bis einstellen weil ich hast du auch bei dir in deinem twitch channel geschrieben mod night bot habe ich gerade gemacht das ist moderat also ist auch ist ein moderator gut gehen mal dann kannst du das ist dann drüber gehen und dem billy helfen aber ich will es aber gerne wissen warum mir der alawa eben nicht angezeigt wurde das hätte ich mich natürlich bedankt verstehe ich nicht jüngst naja bald mehr ahnung von der materie dann läuft es schon ja man muss erst mal alles genau durchlesen also auf jetzt wieder fünf minuten ja ich habe mir doch rassio ausfahre ich mein bildchen kaputt oh god hier drei zwei zwei los geht's jetzt kommt bitte warten sie sind noch in der warteschleife ich fick mein leben ich schaue meinen kontroller gegenüber ich bin drin vielleicht überleben wir jetzt ein bisschen länger hoffentlich und kriegen das mal gedrückt hoffentlich holen wir uns den sinn rein sinn sage ich win rein so meine markus von eon plus was amazon eon plus geht dabei müssen wir unbedingt diesen prime mitwissenschaftler machen seit zwei jahren untergrund gettos da und so sieht es aus ich mache meinen namen alle ehre denn das lächeln trägt die goldzähne klein und grün klein und lila die meisten von uns sind russwerdiener mazoraf sportwagen dicke bittschies die luigi vortragen in tiefgaragen wer ist gerade rappel das ist nordrhein-westfalen meine namen sie waren sehr schmerzhaft ja denn was soll man machen wenn man amg das letzte der gesellschaft halb deine presse denn ich ficke jeden hater das ist der remix von mods und it's you seid ihr bereit ich bin hier gerade drin aber keiner macht außerdem ja jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt kommt das jetzt ich bin albana bro zieh flecks weg ich tue die montana flor mit aramba groß check plus eine nase koks kommen fünf libanesen die dich jagen bis montana mo die siehst du nie wieder sonne mein jahre ist so ein satz dega circa eine tonne mit kokain und grasspies verteile viele bunte smartheats hinter mir 700 abys hey das ist der remix von it's you und mods hey das ist der remix von it's you und mods mir fällt nix ein ich habe schon produzenten aber was zusammen ich habe schon produzenten aber kommt noch alles ich glaube ich mache erst musikvideo titel in der hut dann halt so eine rotweise ich meine in der hut mit der bands mit der linken gelenkt hoffentlich gewinnen wir gleich mal eine runde komplett war sie direkt das wäre jetzt nur das wäre es jetzt das wäre super das wäre richtig knocke ja wie heißt julien 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 ja ok wo sollen wir hin was ich schlau ich kenne mich eh noch nicht so gut aus mein name ist timur checkt mein ins ab da habe ich auch noch ein paar videos die im also macht das nur so aus meiner art wird schon ausgesprungen ich habe markeert 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 gebe meine welt sie glänzt wie die balenciaga so billige bitch macht nicht ein noch schien die die zahre jungen zu nennen ich spreche dir den herz chantal doch bitte heu mal leise ich will die tolle und deine billige bitch schenkt mir an meinen hals wie mein chanel durfte ich habe so lange weile bei mir ist aber ich bin tot ich bin tot jungs ich habe noch keine waffe ich bin irgendwie gerade aufgeschmissen genauso wie ich ich bin tot ich bin tot hilf mir schnell steche ich habe auch einen gab das waren drei mann die beiden waren so one shot absolut sein kann in dieses blaue getränk hier ja trinkt das schon mal trinkt das so bei mir ist jemand guck dir mal zu hat eine waffe trinkt das trinkt das ja ich bin gerade dabei ja ich habe eine waffe ja okay wir nehmen auch die mp